Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ETS2 Video hier auf Alphalogistik. Heute behandeln wir mal ein ziemlich interessantes Thema. Wir werden mal über meine Wunschliste an LKWs sprechen, die ich gerne in Zukunft im Spiel hätte. Ich habe eine Liste gemacht für LKWs, die ich gerne von SCS hätte. Ich habe aber auch eine Liste gemacht an LKWs, die ich gerne von Modern hätte, weil ich es da irgendwie als unrealistisch ansehe, dass da von SCS was kommt. Und ich glaube, einer steht sogar auf beiden Seiten. Ist egal. Gut, wir werden heute einmal ein bisschen durch Rumänien fahren. Wir stehen jetzt in der Nähe von Bukarest und werden einmal vorbei an Petesti bis hoch nach Sibiu fahren. 238 Kilometer sind das insgesamt, also das ist schon eine gute Strecke. Gerade weil das auch Landstraße sein wird, die auch ein bisschen kurvig und bergig aussieht, könnte das vielleicht einen Moment länger dauern, dieses Video. Wir müssen erstmal gucken, ich glaube, ich stehe falschrum auf dem Rastplatz auf. Ich habe mich eben einfach nur mit der Flycam irgendwo hingesetzt und habe mir gedacht, okay, mach es die Aufnahme an. Deswegen fahren wir jetzt hier einmal kurz um den Block und gucken, wie wir hier am besten rauskommen. Ja, und unterwegs sind wir halt auch einfach mal wieder mit dem Renault Magnum. Es sind ja in letzter Zeit viele neue Leute auf den Kanal gekommen. Im Rahmen von dieser ganzen 1.50 Update-Geschichte hat der Kanal sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Grüße gehen raus an jeden, der neu ist. Und dementsprechend wissen diejenigen, die neu sind, vielleicht noch nicht, dass ich eine etwas unkonventionelle Meinung habe. Und dass mein absoluter Lieblings-LKW vielleicht nicht unbedingt der ist, den alle mögen. Und das ist hier der Renault Magnum. Und in einem Video wie heute, wo es darum geht, welche LKWs ich gerne in Zukunft im Spiel hätte, fahre ich doch gerne den, den ich momentan im Spiel am liebsten fahre. Ich nutze dafür den Mod von Nox aus dem SCS-Forum. Ich verlinke euch den Mod natürlich auch unten drin. Und ich habe hier ansonsten noch ein bisschen Zizzles Megapack und sowas mit dabei. Also so das übliche Sound-Mod ist hier bei dem Mod mit dabei. Von Kriechbaum, glaube ich, ist der sogar der DXI-Sound. Und dementsprechend, wenn ihr so ein bisschen Interesse am Marktraum habt, dann guckt doch mal einen Link in der Videobeschreibung. Der Mod ist kostenlos. Schaut euch den gerne mal an. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Wie gesagt, ich habe zwei Listen gemacht. Einmal die Trucks, die ich mir von SCS wünsche. Und einmal die, die ich mir von Modern oder von der Community wünsche. Und wir fangen einfach mal mit meiner SCS-Wünschliste an. Fangen bei dem Truck an, den ich mir quasi am dringendsten wünsche. Und gehen zu dem, auf den ich noch am ehesten warten kann quasi. Und auf Platz 1 ist der Renault E-Tag, beziehungsweise das Facelift vom Renault. Ich glaube, zum Renault E-Tag muss ich nicht mehr sagen. Wir wissen alle, was da der aktuelle Stand ist. Wir wissen alle, dass der bald ins Spiel kommen wird. Erst über die Quick-Jobs und dann später auch irgendwann, wenn es eine Infrastruktur im Spiel gibt, als Ownable Truck quasi, den wir wirklich selbst kaufen, besitzen und konfigurieren und vielleicht auch tunen können. Und ich hoffe, dass sie im selben Zug auch das Facelift für den normalen Range-T reinbringen. Also mit dem voll digitalen Cockpit und mit dem neuen Lenkrad und mit dem neuen Infotainment und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist das so der Truck, auf den ich am meisten warte, auf den ich am meisten Bock drauf habe. Wie ihr seht, fahre ich gerne Renault. Ich fahre gerne den Magnum. Ich fahre auch den Range-T tatsächlich sehr gerne. Ich habe mir auch den Pay-Mod von Glover dazu geholt. Und dementsprechend bin ich natürlich sehr gehypt darauf, dass wir was Neues von Renault bekommen. Und es ist schon angekündigt. Und wir haben es auch schon gesehen in einem Stream von SCS. Und deswegen ist da meine Vorfreude halt irgendwie am größten. Auch einfach, weil es die Abwechslung ist, im Spiel mal elektrisch zu fahren. Ich habe es, glaube ich, schon öfter mal erwähnt. Ich werde bestimmt auch irgendwann mal ein Video machen, was sich nur mit dem Thema beschäftigt. Ich bin überhaupt kein Freund der E-Mobilität. Ich glaube auch nicht, dass es nachhaltiger ist als ein Verbrenner. Ich glaube auch nicht wirklich, dass es die Zukunft ist. Scheißegal, wie viel politischer Druck dahinter steht. Aber so ein bisschen Abwechslung im Spiel zu haben und auch mal mit einem anderen Antriebskonzept unterwegs zu sein. Völlig egal, ob das jetzt Elektro oder Wasserstoff oder was auch immer ist. Finde ich auf jeden Fall cool. Und dementsprechend... Ich möchte doch rechts bleiben können. Und dementsprechend bin ich da sehr gespannt drauf und freue mich da auch sehr drauf. Und dementsprechend ist das auch momentan so der Platz 1 auf der Liste der Trucks, die ich mir von SCS wünsche. Platz 2 wird viele von euch vielleicht auch ein bisschen überraschen. MAN TGX Euro 5 Freework. Der MAN TGX Euro 5 ist einer meiner absoluten Lieblings-M1s. Ich mag natürlich den F2000 und ich mag natürlich auch den TGA und auch den TGX Euro 6 fahre ich sehr gerne. Und sogar mit dem neuen TGX kann ich mich recht gut anfreunden. Also ich bin schon jemand, der MAN sehr, sehr gut leiden kann und sehr oft MAN fährt. Auf jeden Fall. Aber einer meiner absoluten Favoriten von MAN ist der TGX Euro 5. Und das nicht nur, weil es den mit dem V8 gab. Ich finde das Design auch einfach schöner als beim Euro 6. Ich finde, der sieht einfach cooler aus. Der sieht unaufgeregter aus. Der sieht, ja, er sieht, also cool ist wirklich die perfekte Bezeichnung dafür. Er sieht einfach in meinen Augen besser und schöner aus als der TGX Euro 6. Zumindest von außen, von innen. Ja, ist er natürlich nicht ganz so modern wie der Euro 6 hat. Das ist klar. Aber ich finde, von innen ist er ein perfekter Mix aus Oldschool und Newschool. Er hat ein kleines digitales Display. Er hat aber noch einen analogen Tacho. Er hat ein Navi verbaut. Er hat aber noch kein riesiges Infotainment. Also ich finde, der TGX Euro 5 ist irgendwie so ein sehr, sehr guter Mix aus den zwei Welten. Der Euro 6 aber natürlich auch. Aber den Euro 5er präferiere ich tatsächlich noch ein bisschen. Und der V8 kommt da natürlich noch dazu. Ist klar. Dann gab es mit V8 und es ist nicht das Garnier V8. Es ist ein eigener MAN V8, den sie irgendwie gefühlt eigens dafür entwickelt haben, nur um zu beweisen, was sie können. So nach dem Motto. Und ich fände es wirklich schön, wenn wir diesen Truck in einer guten Qualität ins Spiel kriegen würden. Weil wir haben den ja von SCS im Spiel. Und vielleicht werde ich sogar irgendwann nochmal ein eigenes Video über diesen Truck machen, wo wir die SCS-Variante fahren. Wir haben den von SCS im Spiel. Das Modell von SCS kommt aber noch aus dem German Truck Simulator. Was der Vorgänger vom ETS 2 war. Also der German Truck Simulator kam so zwischen ETS und ETS 2. Und das Modell war damals zur German Truck Simulator Zeit noch echt gut. Aber mittlerweile haben wir 13, 14 Jahre später und das Modell ist nicht mehr gut. Und die Sounds sind nicht mehr gut. Und die Texturen sind nicht mehr gut. Nichts an dem Ding ist in irgendeiner Form gut. Und deswegen muss der dringend überarbeitet werden. Und im Gegensatz zu vielen anderen Trucks, die auf dieser Liste noch kommen werden, gibt es für diesen Truck keinen guten Mod in der Community. Es gab mal einen. Es gab mal den TGX Euro 5 von Mazda. Aber erstens ist auch der schon in die Jahre gekommen. Und zweitens wird auch der von Mazda offiziell nicht mehr geupdatet. Wenn man Glück hat, updatet den jemand anders aus der Community. Aber dann kommen manchmal irgendwelche komischen Sachen rein, wie dass der plötzlich einen Mercedes Motorsound hat oder man den Blinker nicht mehr sieht. Also da haben wir schon einiges erlebt, habe ich auch schon Videos drüber gemacht. Dementsprechend, bitte bitte SCS. MAN TGX Euro 5 Rework. Ich zahle euch was ihr wollt dafür, aber das muss einfach sein. Ist ein geiler Truck und ich möchte ihn auch wieder im ETS 2 genießen können. Dann, auf Platz 3, habe ich das Volvo FH4 Rework. Und jetzt werden sicherlich viele von euch fragen, warum hast du das Volvo FH4 Rework vor dem Volvo FH5? Der kommt nämlich gleich als nächstes auf der Liste. Ganz einfach, ich finde den FH4 cooler als den FH5. Es ist genau das, was ich eben beim MN schon gesagt habe. Er hat, finde ich, den perfekten Mix aus digital und analog im Innenraum. Er sieht optisch, finde ich, noch ein bisschen entspannter und ruhiger und cooler aus, ohne wirklich veraltet zu wirken. Da habe ich ja auch vor ein, zwei Monaten mal ein Video drüber gemacht. Was, der ist schon über 10 Jahre alt, aber ja, tatsächlich. Und ich finde, es ist zwar nicht der Truck von SCS, der qualitativ am schlechtesten umgesetzt ist. Da gibt es wirklich schlimmere, wie zum Beispiel den TGX Euro 5 oder den Actus MP3. Aber nichtsdestotrotz, ein Rework von dem Ding würde ich sehr, sehr feiern. Auch weil das eine LKW-Wahl ist, er damals neu ins Spiel kam. Der war ja auch nicht von Anfang an dabei, sondern wurde nachträglich ins Spiel gebracht. Bin ich den ohne Ende gefahren. Ich habe den total gehypt. Ich war total gehypt damals, weil der auch in der Realität noch sehr neu war. Von diesem neuen Volvo-Design, von diesem total futuristischen, oder für mich wirkte es damals futuristisch, futuristischen Design und Innenraum und so weiter und so fort. Und dementsprechend verbinde ich mit dem Truck auch viel. Und würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir von dem tatsächlich irgendwann mal einen Rework bekommen. Und SCS hat ja in ihrem letzten Weihnachtsstream auch tatsächlich angekündigt und auch schon Fotos gezeigt, dass sie da an einem Rework arbeiten. Und ich hoffe, dass da dieses Jahr was kommt. Vielleicht ja zusammen mit dem nächsten Truck auf der Liste, ich habe es eben schon vorweggenommen, mit dem Volvo FH5. Klar, Volvo FH5, neues Modell. Es gibt einen Mod, der ist performancefressend. Es gibt einen Mod, der ist weniger performancefressend. Alles schön und gut. Aber ich möchte das Ding von SCS offiziell im Spiel haben. Ich bin nämlich momentan tatsächlich so ein bisschen auf dem Trip. Ich will gar nicht mehr so viele Mods installieren. Und jedes Mal, wenn ein neues Update vom Spiel rauskommt, ärgere ich mich, weil ich warten muss, bis die Mods aktualisiert werden und und und. Dementsprechend, wenn SCS den FH4 reworkt und den FH5 reinbringt, dann fallen gleich zwei Mods weg, die ich nicht mehr brauche. Und ich denke mal, die Qualität vom Vehicles Department von SCS ist mittlerweile so gut, dass wir auch wirklich sagen können, ja, okay. Allerhöchstens noch ein Soundmod vielleicht. Und dementsprechend hoffe ich, dass wir auch den Volvo FH5 zeitnah kriegen. Und ich habe so das Gefühl, dass es auch der Truck ist, der in der Community momentan am meisten nachgefragt wird, würde ich jetzt einfach mal sagen. Dass das so der Truck ist, den die Community auch am meisten haben will und am meisten hypt und so weiter und so fort. Und dementsprechend würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn das Ding ins Spiel kommt. Da muss ich zum Beispiel auch nicht mehr unter den ganzen SCS-Videos Kommentare lesen, wie wo bleibt der Volvo und sowas. Dann fällt das nämlich ja auch weg. Auf Platz 6 habe ich den Ford FMAX. Ja, offensichtlich wäre ein neuer Truck und eine komplett neue Marke im Spiel. Fände ich cool. Wir haben aber einen relativ guten Mod, deswegen ist der auf meiner Liste einfach nicht so weit oben. Ist klar. Also ich mag den Ford FMAX, ich finde den cool, ich fahre den gerne. Aber wir haben halt einen qualitativ hochwertigen Mod, also brauche ich den nicht unbedingt von SCS. Auch wenn ich mich natürlich freuen würde, wenn er trotzdem von SCS kommt. Weil ich glaube, SCS kann den Truck tatsächlich vielleicht sogar noch einen Ticken besser darstellen als der Mod, den wir haben. Und der Sound, den der Mod hat, den wir haben, der ist echt furchtbar. Also da würde ich mich doch auch freuen, wenn SCS was bringt. Aber da der Mod relativ gut ist, finde ich, ist es nicht allzu dringend. Und als letzten Truck oder als letzte zwei Trucks habe ich den Actros MP4 und den Actros MP5 auf dieser Liste stehen. Warum stehen die so weit unten? Ganz einfach, den Actros MP4 gibt es von Dotec. Dementsprechend brauche ich da keinen SCS-Rework. Deswegen steht der Actros MP3 zum Beispiel auch gar nicht auf der Liste. Weil da gibt es halt ein gutes Rework von Dotec, da brauche ich von SCS ehrlich gesagt nichts. Äh, nein, komplett neuen. Der von Dotec ist natürlich kein Rework vom SCS-Modell, sondern ein komplett eigenes Modell. Ähm, aber dementsprechend brauche ich da halt keinen Rework von SCS. Das ist, denke ich mal, relativ logisch. Ähm, und der MP4 steht auch tatsächlich nur auf der Liste, weil ich sage, okay, SCS hat schon mal Bilder gezeigt, wie sie angefangen haben, den zu überarbeiten. Dann sollen sie es fertig machen, dann sollen sie ein Spiel bringen, dann ist das doch geil. Und dann kann man vielleicht auch mal, ähm, also dann ist der ETS2 halt auch ohne Mods besser spielbar. Wenn vielleicht mal eine neue Spielversion rauskommt oder sowas wie jetzt die 1.50, die meisten Mods sind inkompatibel, ich möchte trotzdem Videos machen, ich möchte trotzdem die neue Version ausprobieren, dann, äh, habe ich halt einfach mehr zu fahren, weil mehr Trucks von SCS auf einem ordentlichen Qualitätslevel sind. Und das kann auf jeden Fall nicht schaden. Der MP5 steht im Prinzip aus demselben Grund soweit unten. Wir haben einen qualitativ, würde ich schon sagen, echt guten Mod, ähm, von Volley aus dem SCS-Forum, beziehungsweise von der Actros 5-Crew. Und dementsprechend brauche ich den von SCS eigentlich nicht. Man könnte halt nur argumentieren, okay, der Mod, den es da gibt, der ist schon ein bisschen performancefressend. Dementsprechend wäre es vielleicht nicht verkehrt, dass auch für die Leute mit schwächeren Rechnern, da vielleicht einfach die Version von SCS kommt, dass man sagt, okay, passt. Gut, das war meine Wunschliste von Trucks, die ich gerne von SCS-Software hätte. Jetzt kommen wir aber zu meiner Wunschliste an Trucks, die ich gerne vielleicht in den nächsten Jahren mal als Mods von der Community sehen würde. Auf Platz 1, ältere Generation vom Renomagnum. Ich habe es ja eben schon angeschnitten, Renomagnum, einer meiner absoluten Lieblingstrucks oder sogar der absolute Lieblingstruck von mir. Und ich mag hier diese letzte Generation, übrigens entschuldigt gerade die Lex, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich lade im Hintergrund ein Video hoch, das könnte vielleicht ein bisschen dafür verantwortlich sein. Wir fahren jetzt hier aber aktuell die neueste Generation vom Magnum, also die aktuellste, die letzte, die von 2008 bis 2012, 2013 so um den Dreh gebaut wurde, bis halt Euro 6 kam. Und der ist cool. Das ist schon auch eine meiner liebsten Magnum-Generationen. Die davor, also die, die direkt davor kam, die mag ich nicht so zum Beispiel. Eine, die ich aber mehr mag, ist natürlich die, die in den 90er Jahren angeboten wurde, mit dem Mac V8. Und auch dieses alte Armaturenbrett, was es ganz am Anfang gab, was einfach nur so flach vor dir da lag, das finde ich auch total cool. Und es gibt da halt einfach qualitativ keine guten Mods momentan. Es gibt zwar einen Pay-Mod von irgendeinem Russen, ich glaube Nikola heißt der, der schon unzählige Male geleakt worden ist und den ich dadurch auch unzählige Male gefahren bin. Der ist qualitativ halbwegs okay, aber ganz ehrlich, nee. Und dementsprechend, wenn sich da irgendjemand, irgendein Modder irgendwann mal hinsetzen würde und das Ding in einer guten Qualität rausbringt, von mir aus auch als Pay-Mod, wäre schon cool. Würde ich schon sehr, sehr feiern, muss ich sagen. Und das wäre was, was ich sehr, sehr gerne hätte. Auf Platz 2, der einzige Truck, der glaube ich auf beiden Listen vertreten ist, der M1 TGX Euro 5. Und daran merkt ihr, glaube ich, auch, wie eilig ich es mit dem habe. Ich habe nämlich, wie gesagt, sehr viel Bock drauf, brauche ich nicht weiter auszuführen. Und ob jetzt SCS ein Reverb davon bringt oder irgendein Modder hingeht und sagt, jo, ich mache den jetzt in gut, das ist mir eigentlich auch schon egal. Und auch da, ganz ehrlich, wenn es ein Pay-Mod wäre, würde ich dafür bezahlen. Ganz im Ernst. Ich habe so viel Bock auf den Truck. Da muss einfach mal was passieren. Auf Platz 3 habe ich den Mercedes Actros MP1. Dotec baut da ja schon dran, wird irgendwann kommen, wird dauern, aber irgendwann wird es soweit sein. Gut Ding will Weiler haben. Klar, wir hatten schon mal einen MP1-Mod, den fahre ich auch noch hin und wieder in Videos, den habe ich auch noch irgendwo auf der Festplatte. Aber man muss auch einfach mal ganz ehrlich sein und sagen, der ist nicht mehr zeitgemäß. Der war damals, als der neu rauskam, 2000, keine Ahnung, 14, 15 gefühlt. Also im Prinzip vor 10 Jahren. Da war der okay. Da war das ein Mod, wo man sagen konnte, ja, da kann ich mit arbeiten, den kann ich fahren. Oh, wir haben hier einen Bypass. Nehmen wir doch den Bypass. Fahren wir nicht durch den Kreise. Aber heutzutage ist der einfach nicht mehr state of the art. Und heutzutage bräuchten wir einfach mal einen neuen, guten Actros MP1-Mod. Und ich bin sehr, sehr froh, dass Dotec daran arbeitet. Und ich glaube, wenn da noch niemand dran arbeiten würde und ich nicht wüsste, dass da was kommt, dann würde der noch weiter oben auf meiner Liste stehen. Gut, kurz hinterm MP1 ein weiterer Truck aus derselben Ära, Volvo FH1. Haben wir auch ab und zu mal irgendwelche Pay-Mods, die geleakt werden oder sonst irgendwas. Und früher gab es den, glaube ich, auch mal als Free-Mod, aber in einer bescheidenen Qualität. Volvo FH1 ist so ein Ding, will ich haben. Ist meine Lieblings-FH-Generation, finde ich cooler als den FH2. Wobei der als Mod auch cool wäre, da gibt es, glaube ich, auch nichts. Und finde ich auch cooler als FH3. Da haben wir ja Gott sei Dank einen guten Mod inzwischen. Und ich brauche das Ding einfach. Ich bin ein riesengroßer Fan der Trucks aus der Zeit. Auch MAN F2000 und der alte Magnum und der MP1 und so weiter und so fort. Mercedes SK natürlich. Da habe ich einfach Bock drauf. Ich fand die 90er Jahre, was LKWs angeht, mega cool. Und dementsprechend hätte ich auch irgendwann mal gerne einen Volvo FH1. Die letzten zwei Punkte auf der Liste frühstücken wir schnell ab. Ich hätte gerne einen Renault Premium in der alten Generation. Wir haben ja die letzte Premium-Generation quasi im Spiel. Und wir haben auch einen Rework davon von Schumi und das ist alles fein. Aber auch da gibt es wie bei Magnum ältere Generationen, die ich persönlich auch ziemlich cool finde, von denen ich gerne einen qualitativ guten Mod hätte. Irgendwann. Meinetwegen auch hier als Paymod. Also für diese Mods würde ich, wenn die in der guten Qualität von jemandem kommen, wie zum Beispiel Glover oder so, würde ich kein Problem damit haben, dafür Geld auszugeben. Dementsprechend. Aber das ist halt auch nur meine Meinung. Und ich glaube, dieses Paymod-Thema muss ich generell noch mal in einem Video aufgreifen. Auf jeden Fall Renault Premium, die älteren Generationen, die wären geil. Und als letzten Punkt, ist kein konkretes LKW-Modell, aber es hat einfach eine Aufbauart quasi. Ich fände es cool, wenn wir mehr Autotransporter im ETS 2 kriegen. So einen richtigen Autotransporter-Aufbau, der nicht einen Sattel-Auflieger haben, sondern einen normalen Anhänger und auf dem Chassis des LKWs selbst ist schon ein Autotransporter-Aufbau drauf und sowas. So wie wir es schon als Add-on für den Eugene Scania hin und wieder mal bekommen. So was für mehr Trucks wäre cool. Also ich würde wirklich gerne mal mit einem Actros MP2 mit so einem richtigen Autotransporter-Chassis durch die Gegend fahren. Oder auch mit einem, keine Ahnung, irgendeinem beliebigen Truck. Es ist mir völlig egal mit welchem, aber ich hätte gerne mehr Autotransporter. Im ETS 2 und auch im ATS tatsächlich auch. Und ich hoffe, dass da in der Richtung vielleicht mal was kommt. Entweder offiziell von SCS oder vielleicht von dem einen oder anderen Modder. Das wäre tatsächlich noch so. Mein Wunsch, meine Idee. Und dann sind wir auch tatsächlich zeitlich sehr, sehr gut mit der Liste hingekommen. Wunschliste von euren Trucks, die ihr gerne haben möchtet, könnt ihr mir gerne unten reinschreiben. Vielleicht mache ich da nochmal ein zweites Video zu, wo ich so ein bisschen auf eure Wünsche reagiere. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.